Und dann einmal Klärformat, genau. Bist du schon am Aufnehmen? Mhm. Acht Sekunden. Und immer schön Radio aus, weil sonst kriegst du Ärger wegen GEMA. Alter, Feuerwehr. Mit 1, 2, 3, fang mal. Leitplanke, das waren wir aber nicht vorhin auf dem Rücken. Nein, das waren wir nicht. Leitplanke, Abschlepper. Oh Scheiße, hier links reingerutscht in eine Leitplanke. Richtig schön weggeschoben. Ja. Ist das auf der anderen Seite gemacht? Nee, zum Glück nicht. Da ist eine Leitplanke da. Und sich halt nicht aus, als ob er irgendeinen GEMA wieder erwischt hat. Ach, da hat es auf der anderen Seite geknallt. Okay.